Wir sind sehr zufrieden. Am Wochenende war wirklich der Winterzauber am Paradeplatz sehr gut besucht. Die Nachfrage war so groß, dass wir jetzt auch reagieren und die Öffnungszeiten erweitern. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen werden wir schon um 11 Uhr öffnen, weil die Nachfrage wirklich so groß war, dass da auch die Kinder schon früher kommen können, die Familien schon früher kommen können. Und zusätzlich bieten wir neben dem Mittwochvormittag den Donnerstagvormittag an für Schulsport. Also Schulen können sich gerne noch bei uns melden und anmelden. Natürlich ist das alles kostenfrei. Und wie ist es mit dem Hüttendorf? Sind die Betreiber auch zufrieden? Also wie gesagt, das Wochenende war wirklich sehr gut. Und die Hüttenbetreiber, der Herr Eckel und der Herr Erhard, haben auch gesagt, dass die Resonanz sehr gut war, dass viele Leute da waren und genießen das tolle Essen, den Winzerwein, der extra gemacht worden ist und sind begeistert von der tollen Qualität des Essens.